begrüße euch herzlich in dieses video gestern habe ich geschafft die letzte irgendwie so karmische sachen dann ab abhaken die sind abgefallen und direkt ist meine wesen irgendwie umformatiert und es ist zu mir direkt gekommen meine höhere aspekte also ich habe sie vor meinen augen gesehen als junge frau mit so lockere haare habe gefragt wer bist du und die seite sagte ich bin leichtigkeit ich bin da eine aspekt und jetzt komme ich zu dir damit du erleichter alles im leben hast ich habe gar nichts gewusst dass ich so schwer alles mache aber wirklich sie sagte dass es einem eine meine höhere aspekte wurde bis jetzt nicht aktiviert und sie ist gekommen und sie hat direkt in mir wirklich ganze meine strukturen irgendwie umformatiert und es war wirklich spannend heute ganze nacht war so intensive arbeit und heute morgen bin ich aufgestanden und sogar so ganz klar was muss ich machen welche karte eine nach der andere mache karton direkt drehe ich diese kurze video und es ist eine karte entstanden fühle mit leichtigkeit also die fühle heißt wirklich so zehnfache geld geldfluss mit leichtigkeit aus dem universum ich zeige jetzt diese karte karte ist portal zu leichtigkeit und jetzt gleichzeitig werden wir mit euch die leichtigkeit in uns verankern sie ist in meiner struktur sie ist da jetzt ein teil von mir und deswegen ich kann mit euch das teilen anstecken ruhig in die leichtigkeit sie sagte ich sage immer wie sind kopf menschen geworden und uns welt leichtigkeit und leichtigkeit wird jetzt in eure struktur einkommen schließt mit augen stellt euch vor dass ihr kommt in diese karte in diese bunte schöne karte rein in diese feld und spürt jetzt wie die leichtigkeit beginnt sich in euch zu verankern so wie sie mit mir heute ganz um eine struktur ganz um eine wesen um formatiert das macht sie jetzt mit euch für meine götterschule wird später ein schritt sein leichtigkeit aber jetzt das ist wie erste erste probe weil das was ich für die götterschule mache das ist hundert oder tausendfache stärker das kann niemand ertragen aber das ist jetzt zum kennenlernen also aber dass das ist jetzt vollkommen wirkt das habe ich wirklich heute gerade erfahren und ich direkt teile weil wenn wenn wir nicht nicht teilen dann werden wir zum sumpf wasser und energie muss fließen es ist zu mir gekommen und direkt gebe ich das an euch weiter spürt ihr jetzt wie leichtigkeit wir sind jede eure zähler kommt rein wir sehen jede eure energiezentrum jede check rein jedem ober licht fällt sie fühlt sich wie transformiert alles und gesagt leichtigkeit also das was wir verstehen über geldfluss dieser finanzielle unsere das geldfluss das ist nur ein tag ein teil von gefühlen juli ist viel viel vollkommen viel schichtiger fühlende liebe fühlende gesundheit fühlen wirklich die fühle auch leichtigkeit fühle dankbarkeit viele schöne sachen viele schöne musik gesundes früchte obst was wir essen dann bären jetzt fülle an dem schönen wetter fülle und schöne kleider fülle also das ist so viel schicht das ist alles was unser leben gibt und sie sagte dass jetzt in alle diese bereiche die ich nenne kommt leichtigkeit sie kommt und sie wirklich unformatiert um strukturieren ganz neues wesen spürte das wir sind mit euch wirklich sehr wie ich weiß nicht so veraltete vermoderte irgendwie wesen das wie skelette im schrank steht und sie macht jetzt uns leicht lebendig wie ein kind erinnert euch als wir kinder waren wie wir haben freude gehabt sonne zu sehen freude am wolke freude am regen freude am schnee freude am hagel freude an einem vogel freude an einem bonbons zu bekommen freude an einem schokolade freude an einem schönen kleid und wir haben das verloren und jetzt gerade diese leichtigkeit ist das kommt jetzt uns dass wir freude am riechen haben freude an schönem parfum freude weiß nicht so am anderen mensch mensch zu treffen spürt ihr jetzt wie diese freude kommt in euch rein sie fühlt sich mit mit sich unseres leben sie macht unsere leben leichte leichter leichtigkeit kommt leichtigkeit fühlt fühlt mit sich komplett unseres leben unsere da sein wir werden unsere mission die sich erinnern wir werden erinnern wer sind wir wieso sind wir hier genau zu diesem zeitpunkt aber das ist ganz wichtig ich weiß nicht was kommt leichtigkeit ist heute gekommen und das ist der grund wieso ich habe heute zeit diese karte zeichnen und jetzt gebe ich das direkt an euch weiter mit leichtigkeit sie verankert sich jetzt wird können spüren wenn es das euch reicht nicht oder etwas schwer wird dann könnt ihr diese video sehen und einfach sich mit leichtigkeit tanken als menschen sind wir getrennt und als wesen sind wir in einem gleichen feld dass das gleiche bewusstsein fehlt wir sind alle teile vom gleichen feld und das ist der grund wieso das alles funktioniert und alles was ich habe erfahren alle teile kann ich jetzt mit euch teilen wahl ihr alle teile alle teile von einem ganzen ich verabschiede mich nicht wir sind immer verbunden wir sind teil von 1 liebe euch ich 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 Vielen Dank.